Hi OFB-Fans, hier ist Coach Paul und Coach Andi und der Flex, nein, nicht der Flex, du bist Strongmann und der Raffa und der Raffa von InfitnessTV und wir sind gerade in Köln bei Mediakraft gewesen auf einem coolen Event und jetzt machen wir ein bisschen Sport. Yes, wir starten mit der Übung. Übrigens ist hinter der Kamera der Flex von StrongandFlexTV, der Vollständigkeit halber. So, wir machen zwei Übungen, die erste Übung sind die Burpees und die zweite Übung ist ein ganz normaler Kettlebellswing. Folgendes Schema erklärt kurz Coach Paul. Genau, ganz einfach, wir machen die Übungen quasi mal im Wechsel, wir fangen mit dem Kettlebellswing an, dann kommt der Burpee und das Ganze machen wir 21 Mal bei der Übung und dann bei der zweiten Runde 15 Mal, bei der dritten Runde 9 Mal und das Ganze dauert vielleicht nicht einmal 3 Minuten, wenn ihr Gas gebt, Jungs. Auf geht's. Start mal mit den Burpees, würde ich sagen. Genau, starten wir mit den Burpees. 21 Wiederholungen. Wir machen einfach mal vielleicht die ersten paar Wiederholungen mit, ne? 3, 2, 1, nehmt die Hände zwischen die Füße und los geht's. Hüpft nach hinten, hüpft nach vorne, hüpft nach oben und klatscht in die Hände. 1. Achso, ihr macht Mittelliegestütze, ist auch gut. Ja, logisch, Mittelliegestütze. Yes. 4. So, ihr macht schon weiter, auch nicht mehr, weiterzählen, weiterzählen. Wir machen Rüte in der Vorhine. 21. 21, strong. Sehr gut, tief runter, Baby. And push it. Sehr gut, schaut, dass ihr bei den Burpees immer drauf achtet, dass die Knie außerhalb der Ellenbogen sind. Außen sind die Knie. Sehr gut. Der Sprung geht nach oben, klatscht über dem Kopf, auf geht's, kommt mal Kettlebell Swings. 21 Graffa, 21 Kettlebell Swings. Schaut aufrecht, Brust raus und schießt aus der Hüfte. Mein Lieblings-Cue ist hier immer, mach den Arsch richtig fest, so als wenn du einen 200-Euro-Schein zwischen der Ritze festdrückst. Und wenn der Schein runterfällt, könnt er mir, strong. Sehr gut, komm, weiterzählen, zählen, jeder zählt selber. An der Seite oder so. Sieht gut aus. Kannst du ruhig ein bisschen drängen, kannst du einmal so rumlaufen, das geht schon. Auf geht's. Sehr geil. Denkt daran, dass ihr das Gewicht ein bisschen mehr auf die Ferne macht. Nur der große C zeigt ein bisschen weiter nach oben beim Swing. Go Baby, komm, auf geht's. Und 15 Raps. Get down, Baby. Warst du das jetzt schon? Lasst euch nicht ablenken. Leise, leise. Mach mal, mach mal. Ich glaube, hier liegt überall Hundescheiße. Dann schnell wieder rauf. Okay. Sehr gut. Sauber, komm, die letzten Wiederholungen. Komm, komm, komm. Komm, 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 komm. 50 Stück, auf geht's. Das ist Workout. Schau dir das Viech an, Mann. Hey, Power. Man hat nachverballert wie es so ist. Anscheinend nicht. Komm, noch drei. Auf geht's. Drei noch, Jungs, auf geht's. Sehr gut. Und down, auf geht's. Letzte Runde, jetzt neun Raps. Auf geht's, Strong, mein Digga-Bär. Komm, komm, komm. Rafa, lass dich nicht hängen. Sehr schön. Einmal noch Burpees. Sehr gut. Letzte Runde. Komm, letzten Burpees. Die hauen wir durch. Auf geht's. Komm, ich mach sie mit dir mit. Auf geht's, Rafa. Eins. Zwei. Sehr gut. Drei. Neun. Vier. Fünf. Super. Junge, der hat ne Hülle beim Sprung. Sechs. Awesome. Komm, greif mal nach den Blättern da oben. Komm, komm, komm. Sieben. Acht. Das ist er. Das ist er. Hey, der Junge, der ist fit, Mann. Letzter, komm Flex. Strong, Mann. Strong. Flex ist der bewegliche. Und nochmal die Swings zum Schluss. Nochmal alles raus, hauen Jungs. Komm schon. Auf geht's. Keine Pausen hier. Wie viel? Neun. Zwei. Drei. Komm, Baby. Easy going. Vier. Super. Fünf. Wie viel davon? Sechs. Drei noch. Zwei noch. Letzter, komm. Letzter, jetzt. Yes, gib ihn. Hey. Das sind Workouts, die deinen Körper verändern, Baby. Komm, auf geht's, komm zu sein. Kommen alle runter. Hey, vielen Dank an dieser Stelle. Richtig Spaß gemacht. Fürs Mitmachen. Rafa und Rafa im Doppelpackt. Vergesst nicht, die Kanäle von den beiden auszuchecken. In Fitness TV und in Flex TV. Unbedingt abonnieren, natürlich. Genau, da findet ihr die weiteren Workouts. Es gibt noch mindestens zwei an der Zahl. Also viel Spaß beim Nachmachen. Und here we go. Servus Leute, willkommen bei Fitness TV. Mein Name ist Raphael und heute widme ich mich mal dem Thema die zehn wichtigsten Lebensmittel für den Muskelaufbau. Ich habe ganz... Ey, ihr da draußen, willkommen zu Strong und Flex TV. Ich bin Strong und ich bin Flex. Gle다음 der Musik in die Zusammenarbeit? Ich bin蔑. Ich bin auf dem Weg zu einem Hahnemüpfelpackt. Ich bin auf dem Weg zu bringen. Ich bin weg.